Musik Die Nominierungen in der Kategorie Bester Film sind Belfast Ende der 1960er Jahre lebt der fröhliche neunjährige Buddy mit seiner Familie im Arbeiterviertel von Belfast. Um den Lebensunterhalt für die Familie zu bestreiten, bindet sein Vater zwischen Belfast und England, da dort die Bezahlung deutlich besser ist. Aus diesem Grund ist er jedoch nur zwei Wochen im Monat zu Hause anwesend, sodass die Erziehung von Buddy und seinem Bruder seiner Frau überlassen ist. Meine Einschätzung, nachdem ich den Trailers vom Film gesehen habe? Der Trailer spricht irgendwie an und es könnte wirklich ein Film sein, der letztlich überrascht. Viel Glück an Belfast. Kauder Bei Kauder handelt es sich um ein Remake des französischen Films Verstehen Sie die Belize? Die 17-jährige Ruby ist das einzige Mitglied ihrer Familie, welches nicht gehörlos ist und fungiert daher als Kauder. Eines Tages tritt sie im Chor ihrer High School bei. Als ihr Chorleiter ihr Gesangstalent erkennt, bietet er ihr an, bei ihm Gesangsunterricht zu nehmen, um letztlich ein Stipendium am College of Music in Boston in Aussicht gestellt zu bekommen. Ihre Familie tut dies schlichtweg als albernen Teenagertraum ab und bittet Ruby, sich stattdessen mehr in das Familienunternehmen einzubringen, auch da sie auf sie als Gebärdendäumentscherin angewiesen sind, weswegen diese dann mehr und mehr Gesangstraining vernachlässigt, bis es letztlich zu einem großen Streit kommt. Meine Einschätzung, nachdem ich den Trailers vom Film gesehen habe? Hm, der Trailer schaut wirklich gut aus und ich hoffe, dass der eigentliche Film an sich dem ersten Eindruck dann in voller Länge standhalten kann. Denn es ist ein amerikanisches Remake zu einem ursprünglich französischen Film. Und französische Filmemacher zu toppen, erweist sich häufig als sehr, sehr schwer. Von daher, viel Glück an Kauder! Downed Look Up An der Michigan State University entdeckt eine Astronomie-Doktorandin einen Kometen, der auf die Erde zurast und nach Berechnungen in sechseinhalb Monaten sowohl die Erde als auch die Weltbevölkerung zerstören wird. Leute in Politik, Medien und auch die Öffentlichkeit werden über diese nahende Katastrophe in Kenntnis gesetzt, doch verschließt man aus diversen Gründen die Augen vor der Wahrheit. Meine Einschätzung, nachdem ich den Trailers vom Film gesehen habe? Irgendwie so ein Sky-Fy-Inside-Drama, wo der Trailer mich schon nicht so wirklich anspricht, zumal es schon haufenweise Filme zu dieser Thematik gab. Doch wer auf sowas steht, für den könnte es tatsächlich etwas sein. Und Leonardo DiCaprio-Fans werden ganz gewiss hier auf ihre Kosten kommen. Viel Glück an, Downed Look Up Drive My Car Der dreistündige japanische Film startet mit einem halbstündigen Prolog, welcher ein scheinbar glückliches Ehepaar zeigt. Er ist erfolgreicher Schauspieler und Theaterregisseur, sie erfolgreiche Drehbuchautorin. Doch mit deshalb erkennt man, dass die Beziehung beider mit trüben Wolken behangen ist. Zumal Kafuku und seine Frau immer noch um ihr vor 17 Jahren verstorbenes Kind trauern und Oto ihrem Mann betrügt. Als er eines Abends nach Hause kommt, findet er seine Frau leblos am Boden vor. Erst zwei Jahre nach diesem Vorfall kann sich Kafuku dazu entschließen, ein Tschechow-Stück in Hiroshima zu inszenieren. Dabei lernt er eine junge Frau kennen, die für ihn in dieser Zeit als Chauffeurin engagiert worden ist. In dieser Zeit wird beiden klar, dass sie sich allmählich ihrer Vergangenheit stellen müssen, wobei Kafuku seiner Chauffeurin Misaki ein Geheimnis um seine verstorbene Ehefrau anvertraut. Meine Einschätzung, nachdem ich den Trailers vom Film gesehen habe? Japanische Spielfilme sehe ich tatsächlich nicht sehr häufig. Doch Drive My Car könnte nach langer Zeit endlich wieder mal ein Film dieses Landes für mich sein. Denn der Trailer hat mich wirklich angesprochen. Die Schauspieler wirken frisch und dynamisch und die Story klingt richtig interessant. Irgendwie scheint dort alles gut zusammenzupassen. Viel Glück an Drive My Car. Dune Bei Dune handelt es sich um eine Neuverfilmung des gleichnamigen Science-Fiction-Romans von Frank Herbert. Dabei geht es um einen jungen Mann, der sich mit seiner Familie und dem gesamten Hausstand eines Adelshauses auf einem Planeten namens Dune niederlässt. Da auf diesem eine Droge wächst, die dafür bekannt sein soll, intergalaktische Reisen zu ermöglichen und daher der weitere Abbau dieser Pflanze durch die Familie sichergestellt werden soll. Doch letztlich entpuppt sich dieser Auftrag als Falle, sodass Paul und seine Mutter dazu geswungen sind, in die Welten der dortigen Wüsten zu fliehen. Bald darauf treffen sie auf ein Wüstenvolk, dem prophezeit wurde, dass bald ein Erlöser erscheinen wird. Meine Einschätzung, nachdem ich den Trailers vom Film gesehen habe? Puh, ich und Sky-Fi-Filme. Ich habe wirklich schon richtig gute gesehen, die dann aber eher in Richtung Psycho-Thriller gingen. Bei Science-Fiction-Filmen, die so in Richtung Fantasy gehen, bin ich, für mich gesehen, raus. Doch ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen, die im Gegensatz zu mir genau das Gegenteil an Sky-Fi mögen, hier echt finden werden, was sie suchen. Visuell hat selbst mir der Trailer sehr gut gefallen. Sieht wirklich toll aus. Besonders, wenn man die Wüstenlandschaft vor sich sieht. Und auch die Musik tut ihr Übriges. Zumindest vom Trailer. Und hat selbst mich emotional irgendwie gepackt. Viel Glück an Dune. King Richard King Richard ist eine Filmbiografie über Richard Williams und deren Töchter Venus und Serena Williams. Der zeigt, wie diese mit seinen unkonventionellen Trainingsmethoden an die Weltspitze des Tennissports gelangten. Meine Einschätzung, nachdem ich den Trailer zum Film gesehen habe? Als ich den Titel King Richard las, dachte ich zuerst an Shakespeare und fragte mich, wie das mit Will Smith zusammengehen soll. Doch ein Glück gibt es Trailer, die einen des Besseren belehren und bei mir es zu einem großen Aha-Effekt führte. Denn es geht nicht um die historische Figur Richard III., sondern um den Vater der beiden Weltklasse-Tennisspielerinnen Venus und Serena Williams. Und das ist absolut ein Film für mich, den ich unbedingt sehen möchte, da ich seit meiner Kindheit besonders Damentennis liebe und Biografien sowieso voll mein Ding sind. Der Trailer sieht zumindest für mich vielversprechend aus und ich hoffe, dass ich bald einmal Gelegenheit haben werde, diesen Film zu sichten. Viel Glück an King Richard. Ein Film, der auf die Erlebnisse des US-amerikanischen Filmproduzenten und Schauspielers Gary Götzmann basiert. Im Amerika der 1970er Jahre verliebt sich ein 15-jähriger Jung-Schauspieler in eine 10 Jahre ältere Fotoassistentin und bald sind beide unzertrennlich, doch das Leben und die Zeit haben ihre eigenen Gesetze. Meine Einschätzung, nachdem ich den Trailers vom Film gesehen habe? Der Trailer hat mich irgendwie angesprochen, was wohl nicht zuletzt der Farbgebung des Films zu verdanken ist. Eben schon dieses sepia-getündigte Sonnenlicht, das es wirklich schafft, einen Hauch Nostalgies zu vermitteln. Und irgendwie überträgt der Film auf mich eine ganz eigene Ausstrahlung, wo ich sage, es scheint ein ganz besonderer Film zu sein. Viel Glück an Ligurisch-Pizza. Nightmare Early Nachdem Stanton Carly das Hellsehen und Mentalisieren erlernt hat, nutzt er dieses Wissen, um im New York der 40er Jahre die wohlhabende Gesellschaft um ihr Geld zu erleichtern. Dies ruft mit der Zeit eine Psychiaterin auf den Plan, die versucht, seine Manipulationen aufzudecken. Was ihr jedoch nicht gelingt und er mit ihr letztendlich einen Deal eingeht, was für ihn jedoch gefährliche Folgen haben könnte. Meine Einschätzung, nachdem ich den Trailers vom Film gesehen habe? Gut, wie der Trailer schon verrät, spielt sich das Ganze mitunter auch auf Jahrmärkten ab. Und was mich betrifft, so habe ich es nicht wirklich mit der Welt der Schausteller. Doch die Geschichte drumherum erscheint mir sehr interessant und auch die scheinbar tolle Ausstattung, zumindest das, was man in der kurzen Zeit per Trailer zu sehen bekam, lässt mich hoffen, dass sich der Film schon wegen der Anwesenheit von Bradley Cooper am Ende als eine super Neuverfilmung herausstellen wird. Viel Glück an Nightmare Early. In diesem Western-Drama geht es um zwei Brüder, die, jeder auf seine Weise, versuchen, die elterliche Ranch zu erhalten. Beide sind von ihrem Wesen her von Grund auf verschieden. Während Phil härter an den Tag legt, ist George von sanftem Gemüt. Und so ist es unvermeidlich, dass zwischen den beiden bald ein Machtkampf entbrennt, bei welchem sich tiefe Abgründe auftun. Meine Einschätzung, nachdem ich den Trailers vom Film gesehen habe? Im ersten Moment dachte ich, dass die Geschichte im 19. Jahrhundert angesiedelt ist. Doch schnell wurde klar, dass man sich hierbei bereits im 20. Jahrhundert befindet. Persönlich bin ich also gar kein Western-Fan. Doch als ich mitbekam, dass der Film eher in Richtung Familiendrama steuert, als dieses typische Western-Klischee zu bedienen, war ich doch schon etwas mehr von dem Ganzen angetan. Sodass ich mir also gut vorstellen kann, ihn mir selbst einmal anzuschauen. Viel Glück an The Power of the Dog. West Side Story Mitte des 20. Jahrhunderts machen rivalisierende Gangs in New York die Straßen ihrer Vierte unsicher. Dabei kommt es besonders zwischen Amerikanern und Puerto Ricanern zu unschönen Auseinandersetzungen. Und so stehen sich auch die Jets und die Sharks nicht sehr gesonnen gegenüber. Als sich schließlich ein Gegner in die Schwester seines Kontrahenten verliebt, eskaliert die Situation. Meine Einschätzung, nachdem ich den Trailers vom Film gesehen habe? Die Neuverfilmung dieses Musicals kommt mir im ersten Moment deutlich sympathischer herüber als die Originalversion von 1961. Und was ganz besonders gut ins Auge fällt, selbst wenn man nur den Trailer anschaut, ist der tolle Nostalgie-Look, inklusive toller Kostüme und einer anscheinend sehr guten Maske, die das Feeling der 1950er Jahre, zumindest auf den ersten Blick, sehr gut eingefangen haben. Und obwohl diese Steven Spielberg-Verfilmung nicht in die heutige Zeit hineinverlegt wurde, sondern gestiert die Nostalgie beibehält, erscheint mir West Side Story sehr dynamisch und frisch, sodass sie auch die heutige Generation sehr ansprechen könnte. Viel Glück an West Side Story. Weitere Nominierungen im Überblick. 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 Wiritere Nominierungen im Überblick. Gope in the eyes Gope in the eyes Gope in the eyes Gope in the eyes Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.